Mama, 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 hallo liebe Katzen. Hier ist der Kater Bob. Heute noch auf der Kochen mit Frauen. Wir haben schon einen Spargel, einen Tee trinken dürfen und haben auch schon einen Spargel riecht. Ich habe jetzt eine Spargel geschält. Ja, hallo Nele. Komm doch mal runter zu dir, wenn du eine Nachtwache hast. Alleine ist doch doof. Keine Angst, bin ich ansteckend. Hol die Chips raus, BZ und dann geht es los. Bob? Ja, kannst du gar nicht sagen, Herrchen, ich bin einfach weg. Aber soll ich mich noch ein bisschen hier mit Frauchen, lass mich kraulen. Ach ja, Frauchen, die kann man schon mal in die Bürste holen. Na los jetzt, Frauchen, ich warte. Ah, Bob nervt's. Dankeschön, das ist jetzt auch Video, aber jetzt haben wir erst live. Ich schreibe über nichts aus. Mama, 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 Mama. Also ich wünsche euch allen einen schönen, schönen Ostern. Auch mein Frau und mein Herrchen. Tschüss. 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 Tschüss.